Das ist YesHoney mit Isa und Maya. Einfach unanständig. Auch mal Honig ums Maul schmieren. Sugar Sugar Honey. Entschuldigung. Super cool, dass ihr wieder zuhört bei YesHoney, eurem Podcast rund um Sex, Beziehungen und Liebe. Ich bin Isa. Ich finde dein super cool immer so cool. Das klingt immer so ein bisschen Schweizerdeutsch-mäßig. Super cool, ich dreh dich miteinander. Schön, dass ihr da seid. Nein, Maya, weißt du was? Ich wollte gerade kurz sagen, Maya, lass uns nochmal starten. Das klang ja total behindert. Das klang total Schweizerdeutsch. Das ist eine Hommage von Isa an die Schweizer Zuhörer und Hörerinnen. Ich bin Maya. Hi. Ich finde es auch super cool, dass ihr da seid. Es ist so super cool, dass ihr da seid. Ja, bitte nicht abschalten, nur weil... Also ich glaube, das wird heute eine richtig, richtig, richtig gute Folge, weil ich freue mich extrem auf dieses Thema. Ist ein Thema, das von euch Zuhörern an uns getragen wurde und zwar mehrfach. Ich bin einfach auch schon ultra gespannt, was Maya, was du so auf deiner Liste hast. Wenn ihr euch jetzt fragt, was für eine Liste und welches Thema denn bitte, die Sex-Bucket-List, Entschuldigung, die hat ja wohl jeder. Oder halt auch nicht. Also ich war so ein bisschen surprised, als ich diesen Themenvorschlag gelesen habe. Also gut, eine Bucket-List kennt jeder, was man gemacht haben möchte, bis man den Löffel abgibt und so. Aber eine Sex-Bucket-List, davon habe ich noch nie gehört. Ich frage mich, ob du so eine hast. Also ich muss zugeben, ich war am Anfang auch so ein bisschen irritiert, als ich das gelesen habe. Mein erster Gedanke war, oh Gott, ey, schon wieder so eine Bucket-List. Ich bin nicht so der Bucket-List-Fan, beziehungsweise ich war es vor dieser Folge noch nicht. Und fand es dann aber, je mehr ich darauf rumgedacht habe, umso cooler, ich hatte davor noch keine. Zumindest nicht so eine auf schwarz-weiß geschriebene irgendwo in meinem Tagebuch drin mit Sex-Dingen, die ich in meinem Leben unbedingt noch tun möchte. Aber, wie schon gesagt, viele Hörer und Hörerinnen von euch, die Leute, die uns hier zuhören, haben das wohl. Und wir haben hier tatsächlich auch eine Liste vorliegen von einem, das war nicht mal der Typ, der den Themenvorschlag gemacht hat. Das war ein ganz anderer. Und der hat eine Liste, die heißt 40 Sex-Sachen, die ich getan haben will, bis ich 40 bin. Und was da drin steht und warum ich darin vorkomme, das hört ihr in dieser Folge auch noch. Auch denn, ich habe diese Liste vorliegen. Ich habe ihn gebeten, die doch mal abzufotografieren und mir zu schicken. Und, ähm, du hast den Beweis. Ja, würde man sagen, das ist auf jeden Fall ein Knaller, der am Ende da noch kommt. Ich finde 40 Sex-Sachen, die ich getan haben will, bis ich 40 bin, das ist zwar nicht so straight, aber das könnte ein richtiger Trash-Film sein. Das könnte so ein richtiger Trash-Film sein. Comedy mit Ben Stiller oder so. Ich muss halt so fordern, 40 Tage, 40 Nächte. Ja, eben, genau. Also, du hast gesagt, bisher hattest du noch keine. Du hast jetzt aber auch in diesem Part nicht verraten, ob du jetzt mittlerweile eine hast. Also hast du eine? Ja, also inzwischen muss ich sagen, haben wir eine. Also wir haben uns zumindest so ein bisschen Gedanken für diese Folge gemacht, mein Mann und ich. Den habe ich dann nämlich auch für diese Folge befragt. Und ich muss sagen, wir waren am Anfang, also mein erster impulsiver Gedanke war so, oh, Sex-Bucket-List, Sex-Bucket-List generell, so ist nichts für mich. Und jetzt muss ich sagen, finde ich es total geil. Wie ist es bei dir? Ich habe auch mit meinem Freund gequatscht, selbstverständlich, weil irgendwie wollte ich ja auch wissen, der Mann hatte ein Leben vor mir, das muss man sagen. Er hat auch jetzt ein Leben, aber er hatte auch ein Leben vor mir, ja. Und ich wollte von ihm ganz ehrlich wissen, gibt es Dinge, die du vor mir irgendwie eigentlich mal im Hinterstübchen hattest und gedacht hast, boah, das wäre eigentlich schon mal geil, so ein Dreier oder was weiß ich, Swingerclub oder Sex-Treffen, keine Ahnung. Gibt es bestimmt Dinge, so die in deinem Kopf irgendwie rumschweben, so unerfüllte Dinge. Und dann hat er gesagt, nee, nee. Also, wenn die erste Sache, die erste Sache, die ihm einfallen würde auf der aktuellen, auf einer aktuellen Sex-Liste, das wäre generell mal wieder Sex. Oh. So sad. So sad. It's a sad situation. Oh Gott, wie traurig, ne? Meine Sex-Bucket-List. Ich hätte gerne generell mal wieder Sex. Es ist mir scheißegal, wie, aber hey, just let me run. Ja, oh Mann. Prinzipiell hat er keine, weil er meint auch, das ist was, was man halt als Single mal sich so ausmalt. Mensch, jetzt mal ein Dreier oder so, aber das könnte er sich auch jetzt nicht vorstellen mit mir innerhalb dieser Beziehung. Und da sind wir auf einer Wellenlänge. Also haben keine Sex-Bucket-List aufgeschrieben. Ich dachte mir dann auch zuerst, so Sex-Bucket-List ist ein Thema für 19-jährige Singles. Mal so plakativ, ne? Mein allererster Gedanke. Und dann habe ich mir aber gedacht, warum eigentlich? Und ist es nicht eigentlich traurig, dass eine 32-jährige verheiratete Frau denkt, sie braucht keine Sex-Bucket-List mehr in ihrem Leben? Sie redet übrigens gerade von sich in der dritten Person. Sie redet nicht von mir, ich bin nicht verheiratet und ich bin auch noch 31. Ne, ne, genau. Ich dachte halt so, ja, wenn ich jetzt Single wäre, dann hätte ich schon eine Sex-Bucket-List. Und die wäre bestimmt auch so genau, wie du schon sagst, so ein Dreier, vielleicht auch mal so, genau, so Swinger-Club oder mal so ein bisschen was Aufregendes, Aufregende Orte. Und dann habe ich mir eben gedacht, warum limitiere ich mich jetzt schon so, weil ich einen Partner habe? Weil ich kann ja auch mit dem Partner nochmal das Sexleben ein bisschen aufregender gestalten. Und ich glaube auch, das ist so ein springender Punkt. Weil man sich oft, wenn man in einer Beziehung ist, dann automatisch so im Kopf einfach limitiert und sagt, ja, jetzt ist die Sache ja gegessen. Jetzt ist ja ein Dreier nicht mehr drin, weil ich habe jetzt meinen Partner. Jetzt ist auch irgendwie Swingern oder mal ein Erlebnis mit einer Frau ist ja jetzt alles weg. Und wir haben gesagt, wir haben eine Liste, die wir, also wir haben jetzt nicht so zehn Dinge, die wir machen wollen, bis wir düdlüdlü sind. Aber wir haben gesagt, wir wollen diese Dinge gemacht haben, bis wir 80 sind. Und wir wollen einen Punkt pro Jahr auf jeden Fall abhaken. Und das finde ich realistisch für uns. Okay, warte, du bist jetzt 32 minus 80, oh scheiße, 30 minus 80 sind 40, sind 38, also habt ihr jetzt 38 Punkte auf der Liste? Nein. Vielleicht, also vielleicht werden wir das auch noch so in den Jahren einfach ein bisschen erweitern. Ich glaube, ich habe gerade falsch gerechnet. Aber wir haben uns jetzt einfach ein paar Dinge überlegt. Ich glaube, es sind 48. Ja, eben. Ich habe jetzt nämlich 38 plus 32 gerechnet und da kommen wir nicht auf 80. Okay, entschuldige, meine mathematische... Ihr habt es gerade nicht so. Es ist noch früh. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Also, lass uns mal zu deiner Liste kommen. Was steht denn jetzt so drauf? Also, auf der Liste sind vor allem Orte, die wir uns überlegt haben. Und das Erste, was mir eingefallen ist, nachdem ich wirklich so diese... Also, ich habe dann auch wirklich so... Zuerst dachte ich so, ja, wirklich mal so ein Dreier oder so. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte mir, ist einfach nichts für mich. Kann ich mir nicht gut vorstellen. Interessiert mich nicht, reizt mich nicht. Aber an Orten gab es relativ viel, was ich gerne mit meinem Mann noch machen würde. Und eine Sache ist, Sex auf dem Balkon, aber nicht auf unserem, weil wir wohnen hier in so einem Innenhof und haben so einen Blick in 30 andere Balkons, die wir auch zu 60 Prozent alle kennen. Und das wäre irgendwie uncool, da habe ich nicht so Bock drauf. Aber zum Beispiel in einem Hotel mal, einfach mal auf dem Balkon zu vögeln. Ja, Plural von Balkon ist nicht Balkons. Balkone. Mathematisch läuft es gerade nicht so gut, aber dafür grammatikalisch. Aber gut, zum eigentlichen Thema auf den Balkonen dieser Erde, und zwar in den Hotels dieser Erde. Möchtet ihr es ganz gerne tun. Verstehe ich. Das finde ich cool. Verstehe ich voll. Und weißt du dann, als ich so diese Idee hatte und es meinem Mann gesagt habe und er meinte so, ja, okay. Weil er hat auch zuerst gesagt, Sex-Bucket-Liste habe ich nichts. Lass mich weiter fernsehen, Alte. Und dann habe ich halt so ein bisschen nochmal weitergebohrt und ihm dieses eine Thema gegeben, so ja, an verschiedenen Orten. Und plötzlich waren wir halt drin. Und dann fand er das auch ganz gut. Und er hat so, das können wir schon mal machen. Und das haben wir uns auf jeden Fall mal vorgenommen, weil es so ein bisschen nochmal so Aufregung in das Sexleben reinbringt, glaube ich. Ist wahrscheinlich dann nichts, was ihr in diesem Jahr abhaken könnt, weil aktuell haben wir ja noch nicht wirklich viel geöffnete Hotels für solche Eventualitäten. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Müssen wir mal gucken. Also wir haben ja ein Hotel, wir haben ja einen Urlaub geplant Ende Mai. Ach wirklich? Na, ihr seid ja besonders optimistisch. Ich bin immer besonders optimistisch. Ich habe ja auch schon seit Corona vier Urlaube absagen müssen, aber ich habe jedes Mal bis eine Woche davor fest daran geglaubt, dass es klappt. Na, wer weiß. Also vielleicht kann ich da bald mehr von erzählen, dass wir das tatsächlich gemacht haben. Ein anderes, was wir auf unserer Liste haben. Ne, was ich auf meiner habe, was er nicht so gut fand, aber vielleicht kann ich ihn auch überreden. Ich meine, wir haben ja Zeit, bis wir 80 sind. Right. Kann ja noch viel passieren. Aber wenn es halt mal so, wenn es so der krasse Alltagstrott drin ist, dann finde ich das cool, wenn man die Liste rausholt und sagt, hey, what about this? Zum Beispiel steht auf unserer Liste jetzt noch Sex im Wald. Oh je. Oh je. Lisa, I'm so sorry. Hast du schon gemacht? Also pass auf, nee, ich nicht. Eine Freundin von mir, die war aber damals sehr, sehr jung. Sie hat sich auch da entjungfern lassen. Das war ihr erstes Mal. Das war nicht geplant und es war auch nicht schön. Oh krass. Nicht nur, weil es ihr erstes Mal war, sondern weil halt auch da waren Stöckle überall unter diesem Teppich, also unter dieser Decke. Stöckle. Also das ist nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Ich schätze, das ist ähnlich wie mit Sex am Strand. Da hast du doch schon eine Erfahrung auch gehabt und auch eine Freundin von mir, das war die andere aus unserem Trio. Ja, ist widerlich. Es ist halt einfach nicht so erotisch und man kann es sich nicht so fallen lassen und es ist nicht so entspannt. Oh nein, jetzt hast du es mir gerade voll kaputt gemacht. Ich setze noch einen drauf. Überleg mal, was alles in diesem Wald rumkriecht und rumfliegt. Die ganzen Mücken, die ganzen... Oh Gott, ich kann es nicht mal ausspringen. Du bist wie mein Mann. Stopp, jetzt sofort. Machen wir meine Fantasie nicht kaputt. Du bist echt wie mein Mann, der wäre genauso. Der wäre genauso. Alter, mal ein bisschen mehr Abenteuer hier im Leben. Das ist dann vielleicht in dem Moment nicht so cool, aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich muss sagen, das hat uns mal ein Hörer erzählt, dass er mal Sex im Wald hatte und dass es so cool war, dass er das unbedingt wieder haben will. Und ich stelle es mir halt auf so einer moosbewachsenen Lichtung vor. Mit Feen. Oder gegen Baumstamm oder so. Feen. Und kleine Trolle spürt sich drum rum. Mit so einem Hirsch, der dann da so vorbeiläuft und sich dann direkt aufspießt. Und ein Wildschwein. Oh Gott, gerade so eins mit Jungen, dann kannst du um dein Leben rennen. Ich weiß nicht, inwiefern das realistisch ist, aber ich habe es jetzt mal auf die Sex-Bucketlist geschrieben, weil ich finde die Idee cool. Aber Sex am Strand habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehabt und fand ich saueklig. Und ich weiß noch, dass wir einmal, also ich einmal mit einem Typen, nicht mit meinem Mann, Sex am Strand hatte. Und es war dann halt echt so, dass der Sand so schnell in allen möglichen Körperöffnungen war, dass er mich dann gepackt hat und auf so einen Felsen gesetzt hat. Und es war halt so ein Meerfels. Also der war komplett voll mit so Muschelresten und so richtig kratzigen, knorbeligen Zeug. Und es hat so, also wir haben das zwei Minuten versucht. Ich meine so, Alter, ich glaube, mein Arsch blutet gerade von diesem Ripsen, also von dieser Vibration da, wo ich da gerade einfach diesen ganzen kleinen Muschelresten mein Po reib. Von den Stößen gegen die Muscheln. Genau. Boah, das ist, das ist schon echt, also das ist eine furchtbare Vorstellung. Ich frage mich jetzt gerade, du sagst, du hast ein paar Mal Sex am Strand. Warum hast du dich dazu jedes Mal überreden lassen? Ich habe mich dazu nicht überreden lassen. Nein, ich war halt geil. Okay. Das war ja nicht geplant. Und irgendwann, also das mit dem ersten Mal, das war schon geplant. Das war übrigens Silvester in Lateinamerika, also Hochsommer. Und wir haben da gezeltet und mit Freunden. Und es war eine unfassbar schöne Bucht und wir waren die einzigen in dieser Bucht. Das war der Killer. Oh, cool. Ja. Und dann sind wir da halt abends noch spazieren gegangen so und wir hatten halt Sex. Und dann denkst du halt immer die anderen Male, naja, ich weiß ja jetzt, was ich zu vermeiden habe. Ja. Der Sand landet immer an echt unangenehmen Stellen. Und du hast den wochenlang irgendwo, spülst du den dann noch beim Duschen aus. Der Sand findet seinen Weg zu dir. Uncooles Thema. Also ich habe noch eines auf unserer aktuellen Bucketlist. Okay. Und das ist, was hätten wir eigentlich schon letzten November abhaken können, wenn nicht wieder Corona. Das war wieder mein Optimismus. Ich hatte was für uns gebucht und dann kam Corona wieder. Bam. Wir haben beide mal total Lust auf ein langes Wellness-Wochenende. So drei bis vier Tage. Nur mein Mann und ich. Und einfach eine große Orgie daraus zu machen. Dass man einfach so in diesem Wochenende Sex als oberste Brio stellt. Und das ist, also wir hatten so ein richtig schönes Hotel uns dafür ausgesucht. So ein Wellness-Hotel mit Sauna, mit Dampfbad, mit wunderschönen Hotelzimmern, einer großen Badewanne drin. Und dann kannst du halt einfach so ausschlafen, eine Runde vögeln, morgens in die Dusche gehen, ein bisschen rumlecken, zum Frühstücken gehen. Wieder hochgehen, wieder vögeln und einfach nur so ein Wochenende voll mit Sex und Pleasure und sich gegenseitig irgendwie besorgen und sich geil machen. Geil. Oh, selbst ich Sexmuffel, also aktueller Sexmuffel, muss sagen, das hört sich so wunderschön an. Vielleicht auch, weil ich mich einfach extrem auf Urlaub, also nach Urlaub sehe, nach einem Wellnesshotel. Aber ich finde den Gedanken, den ihr dahinter habt, also es wirklich zu einem Sex-Wochenende zu machen oder verlängert. Oh Gott, ich habe so Bock drauf. Das klingt so toll und es tut mir von Herzen leid, dass das nicht stattfinden konnte. Ja, wir wären über unseren Hochzeitstag dahin gefahren, hatten den Kleinen schon bei der Oma versorgt und dann ist es eine Woche davor nochmal in den Lockdown gegangen. Und ja, das war schon echt hart, weil ich mich richtig drauf, ich habe mich hart drauf gefreut. Hart. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. Also ich glaube, das ist auf unserer Sex-Bucket-List zusammen mit dem Balkon, das ist das, was wir dieses Jahr, also eins von den beiden Dingen werden wir dieses Jahr tun. Aber das könnt ihr doch vielleicht zusammen abhaken. Das wäre ja schade. Guck, das finde ich zum Beispiel schade. Ich will das ja dann auch genießen, weil das ist meine Sex-Bucket-List. Hallo? Ich kann doch nicht zwei Punkte auf einmal abhaken. Wieso denn nicht, wenn es doch gerade Spaß macht und ihr denkt, ihr habt doch eh gerade Bock aufeinander, wieso denn da nicht? Nur weil es auf der Liste steht und nämlich beide Punkte gleichzeitig abhaken wollt? Ja, du hast recht. Also, in dem Hotel gibt es keinen Balkon. Don't go, let it go, this is where I wanna be. Ja, genau. Da wäre ich jetzt tatsächlich gern. Also, die haben keinen Balkon da. Jetzt sind die alle weg. Nee, aber die haben ein wunderschönes Doppelfenster mit einer schönen Fensterbank. Okay, also dann könnt ihr tatsächlich nur eines abhaken. Könnte man auch mal Sex am Fenster. Oder kennst du das in so Serien oder Filmen, wo die Leute dann so in so komplett verglasten Penthouse-Wohnungen meistens New York im 30. Stock einfach Sex gegen die Glaswand haben? Glaswand? Das Glasfenster? Mega. Das hätte ich auch mal gern. Oder Sex in so einem verglasten Aufzug, der gerade hoch in den 110. Stock fährt oder so. Das wäre mir jetzt aber too viel Eis on me. Das wäre mir dann echt too viel Eis. Du fährst ja hoch. Du musst ja nicht komplett nackt sein. Einfach so einen kleinen Quickie. Na guck, also ich finde die Sex-Bucket-List, die entfacht nochmal so, die macht nochmal was. Also da geht noch was, finde ich, wenn man sich so ein bisschen Gedanken dazu macht. Ja, aber das ist das, was ich vorhin dachte, als du gesagt hast, eben nur weil man ja jetzt eben verheiratet ist oder weil man einen festen Partner hat, dass man dann so automatisch irgendwie was abgibt und sagt, nee, dann geht es ja nicht mehr. Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob es dazu extra eine Liste braucht. Also ich finde auch, dass man durchaus kreativ sein kann und sollte. Innerhalb einer Partnerschaft und nicht alles von vornherein ablehnen. Es sei denn, es ist was, was du von vornherein definitiv nicht machen möchtest. Aber ob es eine Liste braucht, weiß ich nicht. Gibt es denn gar nichts, worauf du noch so Bock hättest? Doch schon. Innerhalb der Partnerschaft gibt es schon Dinge, die ich auch gerne mal mit meinem Partner machen würde. Dazu gehören Dinge wie eben, dass ich ihm mal die Augen verbinde beim Sex. Dass er sich wirklich einfach mal gehen lassen kann und sich wirklich mal nur auf sein Gefühl konzentriert. Das hatte ich auch schon in den vergangenen Folgen mal gesagt. Ich würde ihm einfach das wahnsinnig gönnen, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich einfach mal gehen lassen muss. Ich kann das auch nicht so gut. Das ist auch schwierig, aber es ist ein tolles Erlebnis. Hat man dir schon mal die Augen verbunden? Nee, aber man drückt mir öfter mal ein Kissen aufs Gesicht. Und da kannst du dich dann gehen lassen, wenn du nicht mehr atmen kannst? Ich kann da Gott sei Dank noch atmen. Also er drückt mir ja nicht so fett auf die Fresse, dass da nichts mehr geht. Aber da bist du wirklich mal ausgeliefert. Du kannst nur, du kannst dich nur auf das konzentrieren, was du spürst. Ja, geil. Das würde ich ihm ganz gerne mal machen. Geil, übernehme ich direkt in meine Sex-Bucket-List. Habe ich voll Bock drauf, das mit meinem Mann zu machen. Hervorragend. Das Nächste, was ich auch gut finden würde, das hatte ich auch schon im letzten Urlaub von uns angesprochen, wäre Tantra. Also wir konnten den Urlaub wahrnehmen, weil es eine Pension war, die wir gebucht hatten oder eine Wohnung. Und Tantra würde ich wirklich gerne mal ausprobieren, weil es einfach so was komplett anderes ist. Ja. Und es da auch direkt Copy-Paste. Das ist auch was, was ich wirklich, wo es auch nur aufs Gefühl, viel aufs Gefühl angeht und aufs Körpergefühl und auf Konzentration. Und nicht nur aufs Gehen lassen, sondern wirklich mal spüren, fühlen, empfinden. Ja, absolut. Wir hatten ja die Idee, dass wir mal eine Folge zu Tantra machen und wollten ja auch mit unseren Männern in so Tantra-Kurse gehen. Und dann kam eben Corona. Naja, bei mir kam auch ein Veto. Also von meinem Freund, der wollte auch jetzt keinen Kurs besuchen. Also für uns zu Hause mal ausprobieren, da wäre er schon offen, aber er würde keinen Kurs besuchen. Meiner hat sogar zugestimmt, einen Kurs zu besuchen. Was ich nie von ihm gedacht hätte. Also so schade, dass es nicht stattgefunden hat, verstehst du? Ja, also wir machen das noch. Aber lustigerweise, ich hatte es vergessen, aber das kommt auf jeden Fall noch auf die Sex-Bucket-List. Guck mal. Ha, das will ich auch unbedingt dieses Jahr machen. Vielleicht machen wir sogar mehr Dinge als nur eins im Jahr. Das ist so geil bei meinem Mann. Ich denke oft, der ist viel prüder, als er eigentlich ist. Und dann überrascht er mich mit solchen Dingen und sagt so, finde ich gut. Ja, lass uns machen. Das überrascht mich auch. Ich würde auch gerne so eine Überraschung mal erleben bei meinem Freund, weil Tantra war er direkt erst mal so, hat gelacht und hat das ins Lächerliche gezogen. So, Tantra. Du Dinger, das war schon ernst gemeint. Das ist schon was, was ich gerne mal einfach ausprobieren würde. Und nachdem er es sacken lassen hat, hat er sich dann schon auch gesagt oder mir auch gesagt, dass er da auch schon offen für wäre. Aber jetzt einen Kurs würde er auf keinen Fall machen wollen. Also das ist ihm einfach zu öffentlich. Ja, also wir haben tatsächlich, als wir die Idee hatten, gegoogelt, was es so an Kursen in München gibt. Und wir haben so drei Sachen gefunden. Die fanden wir alle drei uncool. Das haben wir uns dann mit uns die Leute angeschaut, die das machen. Und da war mein Mann ja immer so, oh nee, also zu denen auf gar keinen Fall. In dieses Seminar, no way. Ja, also wir haben die Idee, dass wir das vielleicht noch machen. Aber wir müssen auch mal gucken, wie wir es umsetzen. Was ich auch gerne mal machen würde. Du hast jetzt gesagt Wald. Du hast Balkon gesagt. Ich habe jetzt mal eher eine Umgebung gewählt, die flüssig ist. Also ich würde es gerne im Wasser tun. So ganz einfach gesagt. Oh Gott sei Dank, ich bin so ein Schokobad. Ich habe gerade wieder so mit Schokolade gefüllte Badewanne gedacht. So wie mal beim Bachelor oder so. Oh nee, hör auf. Nee, ich würde es gerne im Wasser tun. Der Grund ist zum einen immer so eine Fantasie gewesen, dass es im Wasser ziemlich cool sein muss. Ich war aber mal mit einem Typen, war damals tatsächlich mein bester Freund, bis er sich in mich verknallt hatte. Oh oh. Ja, aber mit dem war ich mal in einem Thermalbad bei uns in der Nähe. Und da gibt es auch so eine Bar im Wasser. Also mit Cocktails und so. Oh geil. Wow, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist so geil. Mega. Da konntest du dich richtig volllaufen lassen, wenn du Bock drauf hattest. Und ich konnte, weil ich musste nicht Auto fahren. Und dann sind wir uns doch näher gekommen. Und das war dann in so einem Whirlpool-Bereich, wo es dann immer wieder so ein paar Minuten lang gesprudelt hat. Und da lagen wir aufeinander drauf, haben dann auch geknutscht. Und dann habe ich auch gemerkt, durch die Badehose ist das natürlich sehr einfach zu spüren, wie er hart wurde. Wenn da nicht dann doch noch irgendwo meine Vernunft im Hinterkopf gewesen wäre, so Digga, das willst du gar nicht mit ihm, dann fände ich das schon geil, wenn es in dieser Situation mal mit meinem Freund zum Beispiel dazu kommen würde. Da waren auch Pärchen um uns rum. Es war Abend. Und ja, natürlich ist es uncool im Wasser, wenn andere daneben sind und es ist auch unrein und so. Hättest du Bock drauf? Hätte ich schon Bock drauf. Mit Pärchen um dich herum. Aber die das nicht mitkriegen. Das checken die doch. Ja, vielleicht schon. Aber ich würde mir so gerne reinstecken lassen. Einmal so im, also ich muss mal sagen, ich war mal so als kleines Mädchen, neun oder so, bin ich immer mit meiner Taucherbrille, also wir waren oft in der Therme, und dann bin ich immer mit der Taucherbrille abgetaucht und habe mir ständig diese rummachenden Paare unter Wasser angeschaut. Oh nein! Dann lag ich wie so eine kleine Qualle unter Wasser und habe mit meiner Taucherbrille dazu zugeguckt, wie die unter Wasser rumgemacht haben. Du bist ja ein richtiger Brilleur. Ja, das war ich schon. Also so ein kleines, wollestiges Mädchen. Widerlich. Also wenn ich mich damals als Erwachsene gesehen hätte, ich dachte, was ist mit dir los. Verpiss dich. Aber wenn ich da als Kind mal gesehen hätte, wie da einer sein bestes Stück aus der Hose raus oder beim Mädchen reinschiebt, da wäre ich aber, da hätte ich glaube ich genug gehabt vom Unterwasser. Ja, ich würde das ja auch wirklich nur in so einer Sprudelquelle tun, wo wirklich nur Erwachsene sind. Ich würde das tatsächlich gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ich glaube, da hat der Kollege ja auch wieder ein Problem mit, aber das wäre schon sowas. Der kann ja jetzt noch ein Problem mit haben, aber wacht doch mal ab, was sich tut, wenn er in zehn Jahren, weißt du da, man ändert sich doch auch. Man wird ja auch lockerer, glaube ich, und ein bisschen entspannter oder ja. Was ich mich frage, hast du schon mal im Wasser getan? Ja, habe ich. Wie ist das? Weil, also ich frage mich immer, presst der da dann Wasser da rein? Oder wenn du im Meer bist, ganz furchtbare Vorstellungen, brennt dann auch noch wegen Salz und so? Ich hatte ja schon mal den Flusssex mit meinem Flusslover, wie denn ja eine Hörerin von uns so ziemlich gut benannt hat. Und ich hatte auch schon mehrfach im Meer, ich hatte schon oft im Wasser und in der Badewanne, also noch nie im Schwimmbad oder in der Therme. Das ist echt, das ist nicht so meins, weil da wieder so die Leute zuschauen, aber also so in natürlichen Gewässern hatte ich das schon. Und ich muss sagen, es war überraschend. Also es hat nicht so geflutscht, wie man sich das vorstellt, sondern eher das Gegenteil. Also ich hatte so das Gefühl, das Wasser schwemmt meine ganze Feuchte da weg und dann ist es eher so ein trockenes Aneinanderrubbeln. Also der Penis ist nicht so geil gegleitet. Geglitten. Und das fand ich dann ein bisschen geglitten. Was ist heute los mit mir? Die Balkons gegleiteten. Ah, sorry. Ja, es ist echt noch früh. Ja, schon. Die Leute denken jetzt, wir sitzen hier um sieben Uhr morgens. Jetzt müssen wir mal sagen, es ist jetzt zehn Uhr sechsundvierzig am Vormittag. Sonntag ist der Tag, an dem ich immer ausschlafen darf. Das ist der einzige Tag der Woche, wo ich ausschlafen darf. Weil Samstag habe ich den Kleinen in der Früh und Sonntag hat ihn mein Mann. Und deswegen schlafe ich da gern bis halb elf. Und ich bin auch gerade eben erst so aufgewacht, bin noch im Schlafanzug. Ich bin auch noch im Nacht-T-Shirt. Sexy, ne? Oh, wenn ihr uns jetzt hier sehen könntet, wie wir halbnackt ohne BH unsere Sexpacke nicht aufarbeiten. Ich bin ungeduscht, so sexy ist es nicht. Ja, jedenfalls war Sex im Wasser nicht so. Es hat aber jetzt bei mir zumindest im Meer nicht gebrannt. War schon okay. Aber im Meer zum Beispiel war es auch so, dass es war schwierig. Also wir konnten, im Fluss konnten wir kommen, weil das war so ein ganz niedriger Fluss. Er hat mich im Doggy genommen und ich konnte mich so am Boden festhalten. Okay, der war wirklich flach. An so Steinen im Boden festhalten. Es war ein ganz flacher Fluss, aber das war extrem cool eigentlich. Aber es hat dann nicht so gut geflutscht wie ohne Wasser. Und im Meer war es aber so, dass es total schwierig war, richtig Sex zu haben. Also weil bei uns ist ja schon, es muss immer ein bisschen härter zugehen, damit wir beide kommen. Also weder ich noch er kommen so mit so Soft-Nummern. Und das war im Meer nicht so möglich, weil da waren ja schon in Sichtweite auch andere Leute. Und da konnte man jetzt nicht so bam, 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 so eine Nummer schieben. Das hat viele gemerkt. Sag mal, noch eine Frage. Ja? Hast du schon mal deinem Mann oder vorigen Freunden, Partnern, Affären, wem auch immer, zum Aufwachen einen geblasen? Also dass er noch geschlafen hat? Du hast seinen Schniedel in den Mund genommen und hast ihn wach geblasen. Also beide Parteien, sein bestes Stück und ihn selbst. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Weißt du noch, wie er das empfunden hat? Er fand es geil. Er hat mich aber zuerst ein paar Tage davor, hat er mich wach geleckt. Ah, oh, wach lecken. Lecker. Das war geil. Das war der Killer. Okay. Das war wirklich geil. Da habe ich so gemerkt im Halbschlaf, dass er halt so anfängt an mir rumzufummeln. Und ich fand es ganz gut, aber war halt noch so in meinem Traum drin. Und plötzlich spüre ich einfach nur die Zunge da unten und dachte mir so, wow. Also ich muss sagen, ich stehe ja nicht auf Lecken, nicht so im Übermaße, aber das stelle ich mir echt richtig lecker vor. Lecker. Also was ich komisch fand war, als ich dann seinen Penis im Mund hatte, das war schon, also der Anfang war richtig eklig, ehrlich gesagt. Weil es ist einfach eine schlaffe, es ist schon ein ganz komisches Gefühl, komplett schlaffen. Der hatte keine Morgenlatte, der hat wirklich so ein schlaffes, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Und das hat es so im Mund, es war wie so, als hätte man so einen toten, warmen Fisch im Mund irgendwie. Ja, also es war halt so eine ganz komische, ja, musste man gemacht haben. Und dann habe ich halt angefangen und ein bisschen rumgemacht und so und dann ist er recht schnell auch hart geworden und er fand es extrem gut. Ist aber was, das habe ich nur einmal eben mit einem Ex-Freund gemacht, weil mein Mann wäre da, nee, das wäre nicht seins. Er hat da keinen Bock drauf, glaube ich. Eine Freundin von mir hat mir das auch mal empfohlen, die hat gesagt, das musst du mal machen. Das war vor zehn Jahren, ziemlich genau, zehn, elf Jahren. Das hat die bei ihren Freunden immer gemacht oder bei Affären und das fanden die alle immer mega. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, das müsstest du auch mal machen. Habe ich bis dato, heute, noch nie getan. Und habe dann auch mal zu meinem Freund in diesem Gespräch, zu dieser Folge auch gemeint, hat dir schon mal eine zum Aufwachen einen geblasen? Und ich habe eigentlich gedacht, er sagt nein. Und er sagt ja. Und ich so, was? Nein. Und dann sagt er, ja, fand er nicht so geil. Nee, fand er nicht so geil. Das fand er nicht so. Unsere Männer sind sich so ähnlich. Das habe ich mir halt auch schon gedacht, wie wir ja jetzt mittlerweile alle wissen. Er schläft sehr gerne sehr lange und er möchte am Morgen einfach pennen und möchte dann nicht direkt Action haben. Ja gut, ich kann das nicht so nachvollziehen, gell. Also ich finde manchmal, wenn du von deiner geilen Freundin, gut, du musst es ja nicht um sieben Uhr in der Früh machen, aber so ab neun oder so oder ab zehn, mein Gott. Aber ja, klar, du, es ist einfach eine Typsache. Ja, schon. Ja, der Ex-Freund von mir fand das mega gut. Mein Mann jetzt ist auch der absolute Sex-Morgen-Muffel. Leider. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal probiert, morgens den Alten irgendwie mal an den Start zu bringen. Das ist auch, das ist echt frustrierend. Also der lässt mich richtig hart inzwischen abblitzen. Wenn ich da morgens so ein bisschen Annäherung zu suchen, mal so an ihn rankomme. Richtig brutal. Also eiskalt. Steht einfach auf und geht duschen. Ciao. Also ich habe das Blasen am Morgen auf jeden Fall gestrichen. Ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht, was ich dachte, oh mein Gott, das möchte ich unbedingt mal machen. Aber ich dachte seit dem Tag, als sie es mir gesagt hat, das musst du mal ausprobieren, wenn die das so geil finden. Aber meiner findet es eh nicht so geil. Und deswegen kann ich es locker von einer nicht bestehenden Liste streichen. Aber was ich auch imaginär streiche, sind Dinge, die ich mir auch während meines Single-Daseins immer mal vorgestellt habe. Sachen wie ein Swingerclub. Da finde ich die Vorstellung zwar irgendwo immer noch reizvoll, aber ich könnte mir definitiv auf gar keinen Fall vorstellen, wenn ich mit meinem Freund jetzt in so einen Laden reingehen würde. Ich müsste ihn teilen. Er würde sich an anderen aufgeilen oder er würde das bei mir sehen. Da ist einfach zu viel Emotion dabei. Das ist nichts, was ich in dieser Partnerschaft machen möchte. Das ist einfach nicht deins. Nee. Und wenn wir gerade schon bei mehreren Personen sind, einen Dreier möchte ich auch nicht. Aus zwei Gründen. Zum einen habe ich schon eine Erfahrung gemacht mit einem Dreier. Also einem Dreier, da ist es zu keinem Geschlechtsverkehr gekommen. Aber wir lagen, es war eine sehr gute Freundin und ein ziemlich cooler Freund. Waren die hot? Man muss es so sagen, ihn fand ich schon immer ziemlich anziehend. Ja, ich fand ihn schon hot. Bei ihr ist es halt, es ist eine gute Freundin. Und ja, sie sieht gut aus. Aber im Bett dann tatsächlich, in seinem Bett, ich muss sagen, ja, wir lagen alle halbnackt und nackt irgendwie da. Ich glaube, es war eher halbnackt. Wir lagen unter Wäsche da. Und wir haben anderen da rumgespielt. Aber es war nichts, wo ich dann gemerkt habe, boah, geil. Also im Gegenteil, das war mir dann total suspekt. Und das war dann nichts, das war eher so eine Situation, aus der ich raus wollte. Also sie hat mich nicht angetörnt, weil es halt einfach auch nicht so das Ding ist, worauf ich dann doch stehe. Ich habe auch immer gedacht, boah, geil, eine Frau mit einem geilen Körper, geilen Titten, einem richtig schönen Arsch. Und das hatte sie beides. Das in meiner Vorstellung, so vor meinem inneren Auge, war das schon sehr erotisch. Aber in der Auslebung hat es mich halt einfach nur angetörnt. Und deswegen weiß ich aus diesem einen Grund. Also mich hat das noch nie interessiert. Aus dem einen Grund eben, das ist nichts für mich, weil ich schon mal so diese Randerfahrung gemacht habe. Wobei, das ist ein bisschen mehr als eine Randerfahrung. Aber der zweite Grund ist wirklich auch der, aus dem ich auch in keinen Zwinger-Club gehen würde. Ich möchte das nicht teilen. Ich möchte meinen Freund nicht teilen. Ich möchte auch nicht, dass er jemand anderen neben mir anfasst oder in sie oder ihn eindringt. Das kann ich mir nicht vorstellen und möchte ich auch nicht. Also jetzt hast du ja dann doch, obwohl du am Anfang gesagt hast, du hast keine Sex-Bucket-List, hier mehr Dinge aufgezählt als ich. Es ist aber auch, ja, aber das ist ja das Ding. Es geht ja jetzt, es sind jetzt irgendwo zwei verschiedene Punkte. Ich brauche deswegen keine Bucket-List. Es gibt Dinge, die ich gerne ausführen möchte oder gerne als Wünsche habe. Das ist dann halt eine Definitionssache. Aber du hast ja auch was in deinem Kopf. Aber ich habe ja auch Wünsche. Natürlich habe ich Wünsche und Dinge, die ich mir gerne noch sexuell erfüllen möchte. Ich kann das auch Allschool die Sex-Wunschliste nennen. Aber Bucket-List ist halt gerade so ein Trendbegriff und ich glaube auch gerade so typisch aktuelle Leistungsgesellschaft. Immer mehr, immer krasser, immer besser. Und dann gibt es ja auch Bucket-Lists in allen möglichen Bereichen, wo ich dann denke, okay, wenn du dann wirklich nur noch einem Ziel nach dem anderen hinterher hechelst, vergisst du auch so ein bisschen das Leben zwischendrin. Aber ich muss das auch so ein bisschen jetzt revidieren nach der Folge, dass ich finde, es macht schon einen Unterschied, sich generell im Leben einfach Ziele zu definieren. Ob man die jetzt aufschreibt. Ich finde es gut, die aufzuschreiben, weil dann hat man es nochmal schwarz auf weiß und da erinnert sich da vielleicht auch immer wieder mal dran, denkt, okay, das ist ja eigentlich mein Ziel. Ob das jetzt beruflich ist oder privat, ist egal. Aber ich finde das ganz gut. Ich finde nur, es sollte einfach eine gesunde Balance sein, dass man jetzt irgendwie nicht von der eigenen oder von den eigenen Bucket-Lists gestresst wird. Das ist ja auch schlimm, wenn du dich selbst stresst. Naja, also ich finde halt zum Beispiel diese Liste, 40 Dinge, die ich getan haben will, bis ich 40 bin. Ja. Das würde bei mir schon einen gewissen Druck verursachen. Gut, wenn du jetzt 18 bist, hast du vielleicht noch ordentlich Zeit, aber so würde ich mir schon denken, so uff, oh Gott, oh Gott, noch so viel zu tun irgendwie. Und für mich ist halt viel wichtiger, als um so eine krasse Liste zu haben, dass man einfach eine erfüllte, harmonische und ganz bodenständige Partnerschaft hat. Ich finde, da ist es ganz klar, dass es mal sexuelle Höhen und Tiefen geben wird. Aber ich habe jetzt nicht den Hauptfokus in meiner Beziehung auf Sex. Okay, jetzt hast du die Liste schon angesprochen und ich finde auch so, okay, die Vorstellung von 40 Dingen bis 40, da hätte ich jetzt auch nur noch neuneinhalb Jahre Zeit. Das ist ein bisschen krass. Ich weiß auch nicht, wie alt der Hörer ist. Ich weiß auch noch nicht wirklich, was draufsteht. Ich weiß nur, dass es 40 Dinge sind und ich wäre jetzt ehrlich gesagt auch mal ein bisschen heiß auf weiteren Input. Also was steht denn da so drauf? Okay, also pass auf. Ich habe euch mal ein paar Dinge hier rausgepickt, weil ich kann jetzt auch nicht alle 40 vorlesen. Ich fand auch tatsächlich, dass ein paar Dinge zu krass waren, um sich hier vorzulesen. Da müsste man wieder tausend Triggerwarnungen da vorschreiben. Ich fange mal an, dann habt ihr vielleicht auch so ein bisschen eine Idee, warum ich das jetzt gerade so sage. Also, ich fange, ich gehe mal von soft zu immer krasser. Eine Frau per Muschilecken aufwecken. Ja, da sind wir d'accord mit. Mir von einer Frau ein ganzes Wochenende nur einen blasen lassen? Verstehe ich. Musste ich auch schmunzeln. Hab mir gedacht, so ja, typisch Mann, oder? Ja, aber finde ich verständlich. Wenn es dir Spaß macht. Also ich glaube, das ist viel zu viel. Da würde ich irgendwann, also wenn mir ein Mann ein ganzes Wochenende mich nur lecken würde, da, sorry, aber ich finde maximal dreimal am Tag ist genug, ist ja immer so eine Definitionssache. Was heißt das ganze Wochenende nur einen geblasen bekommen? So wie oft und wie oft willst du kommen und so? Ja, aber ja, das ist eine schöne Vorstellung. Kannst voll nachvollziehen und verstehe es. Ich persönlich biete mich nicht an. Zum einen, weil ich einen Freund habe. Zum anderen, weil ich nicht so einen krassen Mund habe, der das mitmacht. Über ein Wochenende. Ja, ich kann auch echt nicht lange blasen. Also Gott sei Dank ist mein Mann nicht so ein Blas-Fan. Aber ich finde auch, also Blasen mag ich generell nicht gerne. Wäre ja auch echt anstrengend für den Mund. Das nächste ist, einer Frau den Anus lecken. Ist auch ein verständlicher Wunsch. Es ist jetzt, finde ich jetzt auch, also da, ne, wir sind ja auch bei diesem Podcast, stehen wir wirklich für, es ist nichts abartig und so weiter und so fort. Deswegen, das gibt es zu Haufen, ne, das ist einfach, das ist eine wahnsinnig erogene Zone. Ich persönlich würde das nicht wollen. Also, dass mir jemand den Anus leckt, genauso wenig wie ich jemandem das Arschlöchle lecken möchte. Das ist einfach nicht schlimm. Das Arschlöchle. Okay, drunter hat er Analsex stehen. Ja, warum? Also, völlig verständlich, finde ich. Vielleicht hat er es auch schon gemacht, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber das erinnert mich noch an meinen Mann, weil als ich mit ihm über die Sex-Bucketlist gesprochen habe, hatte ich die ganze Zeit so im Hintergrund Angst, dass er sofort sagen wird, ja, auf Analsex mit dir hätte ich schon mal Lust. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und er hat es nicht genannt. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen und gemeint, so, ja, was ist denn mit Analsex? Weil das war ja bei uns schon am Anfang der Beziehung ein Thema, also nicht so ein großes, aber er hat halt gemeint, so, ja, hast du es schon mal gemacht? Und ja, er hat es schon mal, er fand es ganz gut und so. Und dann ist es aber bei uns so mit der Zeit einfach abgeflacht. Wir haben nicht mehr darüber gesprochen. Und jetzt war halt so der Moment, um das nochmal anzusprechen, weil ich immer... Voller Panik. Ja, so unbewusst, so dieses, in mir hat es so, oh, will er das eigentlich noch? Ist es was, was er sich noch wünscht? Und dann hat er jetzt gesagt, nee, das will er gar nicht mehr, weil es ihn inzwischen gar nicht mehr antörnt. Und er hat es halt früher mal gemacht, er fand es damals geil. Aber wenn er jetzt drüber nachdenkt, er hat das ausprobiert, er weiß, wie es sich anfühlt. Wenn er jetzt drüber nachdenkt, finde er es eigentlich eher irgendwie eklig. Und es gibt ja eine Muschi und ich habe auch noch einen Mund und er braucht jetzt nicht auch noch meinen Arschloch, um da seinen Schwanz reinzustecken. Und ich war so, Halleluja, Erleichterung pur, oder? Ja, voll, richtig. War richtig gut, dass ich es angesprochen hatte. Weil ich weiß, dass dich das schon beschäftigt hat. Das hast du immer mal wieder fallen lassen in den vergangenen Folgen, immer mal wieder. Und ich weiß, dass sowas einen beschäftigt. Also bei uns ist es ja auch so, dass ich am Anfang auch voll pro Analsex war. Mittlerweile bin ich es einfach nicht mehr. Und wir haben es auch kaum noch, also gar nicht. Ich weiß nicht, vor einem Jahr oder was weiß ich, zum letzten Mal. Und er ist auch nicht mehr so darauf fokussiert. Also das ändert sich tatsächlich auch mal. Voll schön. So, das nächste ist. Einer Frau vor lauter Erregung die Unterwäsche zerreißen. Finde ich schön. Finde ich gut. Film lässt grüßen. Was? Film lässt grüßen. Film? Das ist so eine klassische Filmeinstellung. Ich zerreiß dir vor lauter Erregung die Klamotten. Und dann haben wir in drei Minuten mega orgasmischen Sex. Also ich finde, das klingt immer total, also es sieht super erotisch aus in Filmen. Aber in der Realität denke ich mir, ja gut, je nachdem wo du bist, musst du auch wieder nach Hause. Du hast dann nichts mehr zum Anziehen oder auch irgendwie fehlende Unterwäsche. Mir hat schon mal ein Typ die Unterwäsche auch kaputt gerissen. Da sind wir an Silvester nach Hause gekommen und wir waren ultra geil aufeinander. Und wir haben nur so die Türe hinter uns zugemacht. Und da hat er mich direkt gepackt und auf die Kommode im Flur draufgesetzt. Und er hat es nicht richtig geschafft, mir die Feinstrumpfhose und den Tanga auszuziehen. Und hat das dann einfach auch zerrissen in seiner Geilheit, weil er nicht rankam. Und das war schon ganz geil. Es war ja Silvester. Wie mir scheint, hast du immer an Silvester Sex. Aber hat es dir denn Glück gebracht für das folgende Jahr? Also in dem nächsten Jahr habe ich meinen Mann kennengelernt. Guck an! Also eigentlich würde man sagen, ja. Single Ladies, alte Single Ladies, nächstes Silvester, wisst ihr Bescheid. Lasst euch eure Unterwäsche zerreißen. Wie auf der klassisch rote Slip. Sehr gut. Ich habe übrigens, als du Unterwäsche, nicht Unterwäsche, Strumpfhose erwähnt hast. Das haben wir auch schon gemacht. Ich hatte eine Netzstrumpfhose, eine relativ grobmaschige an. Die hat er mir zerrissen, mein Freund. Und das war richtig rattenscharf. Also das fand ich auch richtig geil. Ja, schau. Also es ist schon begründet, tatsächlich mit hier Unterwäsche zerreißen und so. Jetzt kommt was, das würde ich auch gerne auf meine Bucketlist copypasten. Lingarm-Massage ausprobieren. Und ich habe das gegoogelt. Lingarm, also L-I-N-G-A-M. Und das ist eine, also explizit eine erotische Massage des männlichen Intimbereichs. Und das kann man lernen. Und das ist anscheinend der Oberkiller für die Männer. Also richtig geile Penis- und Hoden-Massage. Ach, nur Penis und Hoden? Kein Anus und kein Analbereich? Ja, das gehört doch auch dazu, oder nicht? Ich hatte das jetzt für mich, ich habe es mal so überflogen, dachte es auf jeden Fall Penis und Hoden. Also Intimbereich, eine erotische Massage des männlichen Intimbereichs. Und mein Mann steht ja eh so extrem auf Massagen. Und ich massiere auch gerne. Ah ja, und guck mal, direkt drunter hat er geschrieben, Prostatamassage. Will er auch noch was probieren. Ja, warum denn nicht? Prostatamassage finde ich auch ganz, also ich glaube, das muss für Männer ziemlich geil sein. Ich würde das auch machen bei meinem Freund. Allerdings, da sträubt er sich total dagegen. Der will, der will, der kann, ich darf nicht mal, also ich darf an seinen Arsch, ich darf auch einen Klapps drauf geben, aber sobald ich ein bisschen mehr Richtung Ritze gehe, da schreit er auch. Also meiner auch. Und ich frage mich jedes Mal, was stellst du dich denn so an? Entspann dich doch mal. Da haben die echt, also da haben die echt alle so ein bisschen irgendwo. Komplex. Ein komplex. Richtige Angst, dass sie direkt homosexuell sind, direkt schwul sind, wenn man einmal an ihren Anus anklopft, haben sie Angst, dass sie es dann geil finden, oder? Und dann irgendwie nicht mehr ihre sexuelle Identität kennen. Vielleicht sind sie da echt ein bisschen hinterwälderisch unterwegs. Wollen wir mal ein bisschen chillen, finde ich. Im Gegensatz zu unserem Mann mit der Liste. Ja, nur der ist, der ist, nein, da geht alles. Das nächste ist Rimchop ausprobieren. Hoho, ich kann glänzen, ich weiß, was das bedeutet. Rim, das heißt übersetzt sowas wie Rand oder Kranz, also in Rimchop oder auch Anilingus, bezeichnet dementsprechend das orale Verwöhnen der Analregion, also Anus, Darm, also Po lecken, man könnte auch Arschlecken sagen, ja, das ist Rimchop. Das nächste ist Sex mit zwei Frauen und direkt darunter Sex mit drei Frauen. Kann er, wenn er Sex mit drei Frauen hat, auch Sex mit zwei Frauen direkt abhaken? Also ich denke, können tut er es, ist die Frage, ob er es will. Ich glaube, er ist eher einer, der will das so zelebrieren und macht das bestimmt getrennt voneinander. Und jetzt habe ich nochmal so ein paar außergewöhnlichere Dinge für euch, die ich auch sehr, also, ich sage es, ich rede nicht viel drum, ich lese einfach vor. Feiern und behandelt werden wie ein König mit mehreren Frauen wilde Orgien feiern. Und das hat er erledigt. Mit zehn Frauen hatte er Sex in einem Schloss und ist tatsächlich ein Wochenende lang behandelt worden wie ein König. Kosten? Ach Quatsch, das kostet auch! 130.000 Euro. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Der hat doch nicht 130.000 Euro gezahlt für ein Wochenende mit zehn Frauen. Hatte? Ich glaube, ja. Ja, also, ich habe auch in der Bucketlist, die hat er mir ja abfotografiert, da stand auch genau, wo er das gemacht hat. Und ich weiß halt inzwischen durch unseren Podcast, dass gerade so abartige sexuelle Wünsche, wenn man sich die erfüllen möchte. Abartig in Anführungsstrichen. Ja, genau. Dann ist das abartig teuer. So habe ich das gemeint. Besonders, wenn du so krasse sexuelle Wünsche hast einfach. Das gibt es schon. Also, du kannst dir fast alles ja erfüllen lassen. Ja. Aber das ist dann wirklich exorbitant teuer. Und gut, ich meine, er ist jemand, er lebt Sex. Das ist für ihn das Number. Also, ich habe so das Gefühl, er ist das Einzige in seinem Leben. Wirklich. Also, dafür lebt er. Okay. Und alles an Geld gibt er, glaube ich, dafür aus, für diese Leidenschaft. Also, er hat jetzt keine Familie, soweit ich weiß. Keine Frau, keine Kinder. 130.000? Da muss er schon echt krass verdienen. Also, ich weiß nicht, wie ich jemals 130.000 generell zusammenkriegen soll. Aber das ist schon heftig. Heftig, heftig, heftig. Okay. Ja, also, das ist, deswegen, das ist eine krasse Sex-Bucket-List, ne? Und ich habe euch da auch wirklich die Sachen rausgepickt, wo ich denke, die kann man jetzt noch sagen, ohne dass man irgendwen richtig krass verstört. Weil es sind auch echt krass verstörende Dinge in der Liste gestanden, wo ich dachte, ne, möchte ich auch gar niemandem in den Kopf pflanzen, dass es sowas überhaupt gibt und dass man solche Ideen haben kann, weil ich sie wirklich abartig finde. Okay. Aber das geht noch. An dieser Stelle, Isa, möchte ich ja auch mal allen anderen, die jetzt gerade zuhören, sagen, wenn du das so sagst, dann glaub mir, also, Isa hat immer nochmal so ein Müh mehr Toleranz als ich, also in Open Minding, was vollkommen cool ist und so, wo ich schon sagen würde, so, nee, no way. Deswegen, also, wenn das Isa schon sagt, dann hat das schon Hand und Fuß. Ja, also, ich würde sagen, war ganz gut, dass ich die Liste gesehen habe und nicht du. So, ich habe noch drei Sachen auf der Liste von ihm und das ist Sex im Swingerclub, hat er erledigt und hat ihn 400 Euro gekostet, fand ich auch mal spannend, einfach so mal als Info. 400 Euro hat er für diese Nacht gezahlt, hat dazu geschrieben, war nichts für mich, hatte keinen Sex. Also, man kann ja auch mal Dinge auf der Bucketlist haben, die dann halt einfach auch mal nichts sind für einen. Siehst du, und jetzt ist jetzt noch der dritte Grund, warum ich nicht in Swingerclub möchte, wenn das so teuer ist, dann gehe ich da erst recht nicht rein. Ja, das finde ich auch krass. Also, 400 Euro ist krass. Gibt es bestimmt auch günstiger, aber ja, also. Dann Sex im Darkroom. Okay. Hätte er bestimmt auch gerne im Swingerclub getan. Aber wenn es da eh zu keinem Geschlechtsverkehr gekommen ist, dann hat es halt auch nicht funktioniert. Und jetzt kommt das Letzte und da bin dann auch ich involviert. Einen geblasen bekommen, während ich Isa ein Podcast-Interview gebe. Erledigt am 3.12.2020. War sehr gut. Hoffentlich hat sie es nicht gehört. Gut auch, dass ich kommen konnte, ohne zu stöhnen. Entschuldigung, nee, ihr hört noch alle. Also, es geht noch alles richtig. Ich weiß gerade, das ist, ich, wow, ich bin gerade davor, ausfallen zu werden. Also, das muss ich sagen. Also, erst mal habe ich am ganzen Körper Gänsehaut. Und ich finde es unmöglich. Ich finde es unmöglich. Ich finde, das ist, das geht zu weit. Das geht eindeutig zu weit. Ich möchte nie in diesem, ich möchte dieses Gefühl nie haben, dass sowas bei mir passiert ist. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da bei dem Podcast eventuell vielleicht der eine oder andere ist, der sich einen runterholt. Warum auch immer. Ich finde es jetzt nicht besonders erotisch, was wir hier besprechen. Ich finde es eigentlich eher unterhaltsam. Aber ich möchte niemals in dieser Eins-zu-eins-Situation sein, wo sich jemand auf meine Stimme, während wir miteinander sprechen, einen blasen lässt, runterholt, irgendjemanden fickt oder sonst was. Ich finde das total, und das ohne mein Einverständnis. Das ist ja das Ding. Also, du wusstest das ja nicht, oder? Nein, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Hast du es gehört? Wie hast du dich gefühlt? Also, das ist jetzt das, was so in mir gerade irgendwie sprudelt. Ich finde es krass. Also, ich habe es natürlich damals nicht rausgehört. Ich wäre aber auch nie auf die Idee gekommen, dass sowas nebenher passiert. Ja, ich finde es, ich weiß gar nicht. Also, ich habe es schon auch gelesen und dachte so, oh, stopp, was bitte? Äh, what? War schon echt erstmal total überrascht. Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Also, hat das was mit Macht zu tun? Ich glaube schon. Also, an was galt man sich daran auf? Und was ist der Sinn davon? Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja gut, wenn er es, also, soll er doch tun, was er tun will? Also, ich habe es nicht gehört. Wenn ich jetzt ihn hätte stöhnen hören, hätte ich mir schon gedacht, was ist denn mit dir los? Also, ich finde es, ja, ich finde es uncool, auf jeden Fall. Wenn man sich da einen runterholt, während man mit mir ein Interview führt. Der hat sich sogar entblasen lassen. Äh, sorry, ja genau, wenn man sich einen blasen lässt, kann ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite, do what you gotta do, boy. Also, wenn es dich so glücklich macht und dich so beseelt und deine Sex-Bucket-List erfüllt. Joa, ich bin ja in meinem Wohnzimmer dabei gewesen und habe das Interview geführt und groß im Nachhinein juckt es mich eigentlich nicht. Ich fände es krass, mich würde es extrem stören. Also, wenn jemals einer von euch mir ein Interview geben möchte oder ich einen von euch interviewe, denkt nicht mal einen Traum dran, euch einen blasen zu lassen oder euch einen runterzuholen. Ja, das ist schon, also das fand ich schon auch krass. Also, das hier war so die Sex-Bucket-List, wo ich dann auch dachte, geil, wir machen jetzt auf jeden Fall eine Folge dazu. Und ich finde es so zusammenfassend, Sex-Bucket-List kann man machen oder eben auch nicht. Und der Trend geht halt generell, so finde ich, zu Bucket-Lists, was Urlaub angeht. Und auf der einen Seite ist es schön, weil man dann, glaube ich, ein bisschen bewusster lebt und sich Dinge auch vornimmt und nicht mit 60 dasteht und denkt, oh mein Gott, wo ist mein Leben hin? Aber es kann auf der anderen Seite eben auch Druck machen und ich glaube einfach, im Endeffekt ist es eine Typsache. Denke ich auch. Also, ich bin vom Typ her eher keine Bucket-List. Ich hatte früher viele Listen, also nicht nur, also was heißt nicht nur, Sex hatte ich ja noch nie eine, aber ich hatte Listen für, wo möchte ich überall gearbeitet haben und wie lange möchte ich gearbeitet haben. Ich hatte eine Liste für Klamotten, was möchte ich unbedingt mal in meinem Kleiderschrank hängen haben oder in meinem Schuhschrank stehen sollen. Mittlerweile bin ich von Listen komplett weg, also auch nicht Urlaub oder so. Klar habe ich ein Ziel, wo ich sage, okay, da möchte ich mal als nächstes hin. Ich brauche jetzt keine Liste, wo ich sage, da möchte ich unbedingt gewesen sein, da, 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 sondern ich gucke einfach, was passiert als nächstes, was möchte ich mal gerne machen. Ich habe Ziele. Das ist das, was du auch sagst. Ich finde auch wichtig, Ziele sollte man haben. Nicht zu viel, aber so die richtigen und auch immer mal wieder, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Also ich weiß mittlerweile, wo ich hin möchte, arbeitstechnisch, privat, sextechnisch weiß ich es auch, aber ich persönlich brauche jetzt keine Liste. Manchmal deprimiert es vielleicht auch sogar, wenn man mal nach Jahren eine Liste findet und denkt, oh Gott, da habe ich ja gar nichts abgehakt oder die ist ganz anders verlaufen, wie ich gedacht habe, wie es bei mir mit der Arbeit war. Aber ich habe trotzdem viele Träume erfüllt davon, Dinge, die noch nicht mal draufstanden und es hat mich glücklich gemacht. Und ich stelle mir vor, wenn man jetzt gerade so eine Sex-Bucket-List sich entwirft, vielleicht auch im jüngeren Alter und dann später einen Partner oder eine Partnerin findet und diese Liste später dann auftaucht und denkt, fuck, das habe ich alles noch gar nicht gemacht und noch gar nicht gefuckt, dann kann man sich dadurch vielleicht sogar auch ein bisschen was verbauen. Also ich bin extrem gespannt auf eure Sex-Bucket-Lists beziehungsweise auf eure Nachrichten auch zu der Folge. Habt ihr Sex-Bucket-Lists? Wie findet ihr das? Was würde auf euren Sex-Bucket-Lists stehen? Weil da einfach so richtig gute Dinge zusammenkommen und ich hoffe fest auf coole Ideen von euch, damit wir unsere Sex-Bucket-List hier noch ein bisschen erweitern, damit wir coole Dinge drauf haben, bis wir 80 sind. Schickt uns das unbedingt via PM Personal Message an Instagram yeshoney-podcast heißen wir da oder eben auch per Mail an kontakt at yeshoney-podcast.de. Ist auch beides nochmal in den Shownotes verlinkt. Bitte schickt es nicht an unsere persönlichen Accounts. Das ist immer so schade, weil das kann dann immer nur eine von uns beiden eben lesen und das macht es natürlich ein bisschen umständlich. Ich dachte, PM bedeutet Private Message. Ach, kann natürlich auch sein. Nein, ich habe jetzt gerade ja Personal Message. Okay, I don't know. Also PM, ihr wisst, was damit gemeint ist. Ich bin auch schon auf jeden Fall gespannt, was da so reinkommt und nächsten Dienstag kommen wir wieder dann mit besagter Feedback-Folge dem Community-Talk zu dieser Folge und euren Geschichten und eventuell Sex-Bucket-Lists. Bis dahin, ob gemeinsam oder allein, auf der Sex-Schaukel, im Bett, im Wald, im Wasser, unter der Dusche, wo auch immer im Darkroom, macht's euch schön. Und kommt doch mal wieder.